Hallo Leute, und was geht? Und ja, ich bin heute im Wald, weil ich den Wald liebe. Ja, und ihr wisst nicht, was ich heute gefunden habe im Wald. Und nochmal, ich bin hier gerade mit meiner Oma, meiner Tante und mit meinem Vater hier. Und ja, und guck mal, das habe ich gefunden. Einfach den. Geil, oder? Kann man sich hinzufinden. Ah. Ganz viel. Und? Ich habe hier Lied und Pizze gesehen. Und hier ist auch noch ein Pilz. Ja. Gehen wir wieder raus. Und ja, Leute. Ähm. Und gehen wir mal noch da hinten. Da sieht es auch sehr geil aus. Ja. Weil hier sind Bäume umgefallen, glaube ich. Ja. Ja. Und hier habe ich noch ein paar Sachen gefunden. Junge. Ja.